Um zu verstehen, was ich dir gleich erzähle, musst du mir eine Sache versprechen. Du musst an das Unmögliche glauben. Bekommst du das hin? Gut. Siehst diesen roten Streifen da? Das bin ich! Das auch! Da bin ich schon wieder! Mein Name ist Barry Allen und ich bin der schnellste Mensch der Welt. Meine Geschichte ist ziemlich schnell erzählt. Ich bin schon mein ganzes Leben lang gerannt. Naja, eher weggerannt vor fiesen Typen. Manchmal bin ich ihnen entkommen und manchmal eben nicht. Was war denn los? Diese Jungs haben Kinder geärgert, nur weil sie finden, dass sie nicht cool waren. Und sowas ist falsch. Ich weiß. Ich war einfach nicht schnell genug. Nein, du hast ein großes Herz, Barry. Und das ist wichtiger, als einfach nur schnell zu sein. Hallo, bin zu Hause. Barry hat sich mit ein paar Jungs geprügelt. Ach, ja? Und er hat gewonnen. Ah, reife Leistung, du Draufgänger. Ah, lass die Raufe rein. Doch seit jener Nacht bin ich vor etwas viel Furchterregenderem davongelaufen. Etwas, das ich bis heute nicht erklären kann. Etwas, das unmöglich ist. Mom! Mom! Get her! Mom! Get her! Get her! Get her! Get her! Get her! Mom! I'm not scared! Nora! Heid to go! Raub, Barry! Raub! Raub! Mom! Dad! Raub! Richard. Raub! Nein, 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 nein.